hallo liebe freunde und willkommen zu einer neuen folge von let's play pubg ja wo gehen wir denn hin geht ganz viele runter fliegen welche rüber ja ein paar gehen nach novore fliegen wir auch rüber schön zum military müsste passen es sind ja doch das passt ganz knapp ja ich hoffe euch gefällt das so mit den puls aber auch so vor der wach ist relativ niedrig sogar hat man mir gesagt ich weiß nicht warum der so niedrig ist wenn ich einfach ein ruhiger mensch über mir fliegt nur einer müsste waren uaz also wir gehen hier vorne in die häuser rein ich hoffe er nimmt außerdem jetzt den ton noch mal das ist ja schon mit schlag getötet wir gehen kurz hier rum in die häuser rein die wir direkt zum military nach hoff das beste ich habe immer noch nicht das mikro ich hoffe er nimmt außerdem jetzt den ton auf ich hatte vorhin irgendwie schwierigkeiten mit dem ton keine ahnung warum keine ahnung warum okay also theoretisch sind wir ausgerüstet wer hat auch nehmu nehmu ist auf in zwei es ist auch das ist so dann deckt mal dass sie unten irgendwo bleibt bei big mosque das wird eine häuserkampfzone bin ich mir ziemlich sicher dass die jod irgendwo bleibt oder die geht hierhin also selbst da ist die scheiße also es wird zu 50 prozent eine richtig scheißzone aber eine richtig scheiß also ich habe darauf überhaupt keinen bock auf die zone statt halten ihn auf dem dach sah so aus oder aber nicht auf den häusern die vorne sondern weiter hinten hier kann man nicht durch aber hier alt jetzt so wir hoffen aufs beste jetzt sieht es naja k k k k k k k k k also wir wissen dass jena ist oder noch einer ist macht die sache ein bisschen schwieriger nimm den rucksack mit holt schienpistole brauche ich nicht gerade nimmer mit sehr verkaufen wir auch mit ist das auto schatty da hinten liegt nichts okay jetzt schnell er durch ja ja okay ah, Mist, hab schon wieder was gemacht wenn ich das nicht tun dürfen vergesst das immer wenn ich die Bildschirmaufnahme mache von dem Handy äh, von meinem Handy dass ich nicht irgendwie rumtippen darf also ich muss rumtippen aber ich hab auch so gesehen gerade runtergezogen so hab ich ne Pfanne? ich hab keine Pfanne so, alle Scheiße hier ich hab keine Pfanne ich hab keine Pfanne äh äh aber Lut sieht halt nicht so gut aus ich hab keine Pfanne äh 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 einfach weil ich hab keine Pfanne ich hab keine Pfanne das wäre schön ne K zu finden oder zwei, weißt du brauch ich nicht eine reicht jetzt die Frage immer zu denen oder zu den anderen äh, wo sind wir? da ne, pass auf wir werden die näher und dann zu denen da drüben hinlaufen äh 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 so läuft halt auch ich hoffe halt dass die Zone irgendwie jod bleibt halt denn es war halt nicht so viel laufen ... 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 Hier oben mal was Ich hatte vorhin hier oben Da lag Oh shit Maschinenpistole Das war Schon krass Was ist die Tommikern? Und zwar bin Der Bahnwagen Der da gefahren ist Die hat man gehört Wo häng ich nicht Was ist da? Sieht da sehr merkwürdig aus Was da hinten liegt Ne Hauptsache Mündungsfeuer Gips Der hat einfach die Tür vor meiner Nase zu Sie liegt aber auch viel rum Oh ho ho Der habe ich ja schon Nein Habe ich gar nicht gesehen Äh Er kommt mir raus Braucht er nicht Das sind 6x2 Würde ich aber gerne mitnehmen Oder nicht Oder nicht Oder nicht Das steht nirgends vorm Boot Doch da unten Das wollen wir uns Wir nutzen das Dann fahren wir hier da irgendwo ganz gechillt hin Ich habe auch jetzt gelehrt dass wir unter Wassersteiner schwimmen Äh Ich boost mich mal ganz kurz Okay Ne Scheiße Motor Äh Scheiße Laut Heute Der Sprit hat mir aber nicht so viel Sprit hat mir auch gar nicht so viel Lass Ja, das war nicht so viel. 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 kann ja auch passieren nein, ich hab die Dings weggeschmissen Trottel da find ich die das ist M24 ok jetzt war los mitlaufen wo muss ich denn nur erstmal ja jetzt bereut ich seit die T762 Ammonition weggeworfen hab da kannst du auch nicht ahnen, dass da plötzlich einfach drop liegt so dass man da zum drop läuft und dann liegt da eine M2 blaue Keks drinnen M24 drinnen kann es ja nicht ahnen kann es ja nicht ahnen ich hatte ja so eine solche Zonen ich kann es ja nicht ahnen hat das ist ja nicht ahnen, dass die T762 das ist ja nicht ahnen, dass die T762 noch � ist das für eine, ist das eine Kravitzone, Alter, ouch. Muss hier hoch. Okay. Das ist ja eine richtig bekloppte Zone, ey. Kannst ja keine abzählen, ey. Das ist ja eine richtig bekloppte. Fällt das nicht so. Das sind halt noch 10 am Leben. Die Zone ist relativ groß, ja. Und ich hoffe halt, dass auf meiner Seite jetzt noch keiner mehr ist. Zumindest müsste das so sein. Das ist ja eine richtig bekloppte. Das ist ja eine richtig bekloppte. Oh, nicht um Klippensteine, ey. Ich bin einfach eine Macher da drin. Das ist ja eine richtig bekloppte. 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 Die Zone ist ja sicher. Vielen Dank. Ah, fuck. Komm, komm, komm. Ich hab absolut keine Ahnung, von wo der da unten schießt. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Habt noch einen schönen Tag. Und halt, falscher Knopf. Tschüss.